EGELS NESTFRII FÜR ALLE EGELS NESTFRII FÜR ALLE Naja, mal sehen Mit neidem Waffen wird da bisschen nischt Eliminiert alle Ziele! Da draußen sind keine Freunde Dann voraus! Dann zu gewinnen! War ich doch nicht Besser Betäubungsgranate Oh no Mhm Feindliche Bomben im Anschluss! Das Loch hast du dir selbst geschaufelt! Feindliche Gleitbomben unterlegt! Wir haben Aufklärung in der Luft! Gäst Das Gäste Gäste Ja Ich habe einen Kurs gesetzt. Wie man in den Wald hineinruft. Ich habe Kult geboten. Das Loch hast du dir selbst geschaufelt. Ich kann hier nicht runterfallen. Irgendwie befinden sich alle hier und hier. Ich kann hier nicht runterfallen. 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 Feindliche Aufklärer in der Luft. Diona im Himmel. Der Feind hat eine Gleitbombe geschickt. Der Kastus revitalisiert nicht immer. Das ist süß. Der Kampf wurde jetzt ein bisschen verlagert wohl. Nach hier hinten. Der Kampf ist ein bisschen verlagert. Vor mir, vor mir Kann man so machen, muss man nicht Das kann nur nicht sein Meine Waffe ist zwar scheiße, aber so scheiße jetzt auch nicht Oh feindliche gleitbombe auf dem weg zu uns die haben aufklärung kann doch nicht sein Ja klar, er hat 27, genau. Ja klar, ich habe kurz geborgen. Naja, 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 es ging, war jetzt nicht so, naja, 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 naja. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch, die Links findet ihr in der Beschreibung.